Gerüchte um Glenn Powell und Mission Impossible werden entkräftet. Der Schauspieler stellt klar, dass er nicht die Rolle von Tom Cruise übernehmen wird. In der The Pat McAfee Show verneint Glenn die Spekulationen energisch. Meine Mutter würde mich das niemals tun lassen. Das ist die schlimmste Aufgabe überhaupt, scherzt er. Tom Cruise ist bekannt für seine waghalsigen Stunts, die er selbst ausführt. Glenn und Tom standen erst kürzlich für Top Gun Maverick gemeinsam vor der Kamera. Dabei entstanden nicht nur spektakuläre Szenen, sondern auch eine enge Freundschaft. Er ist ein großartiger Freund und Mentor, schwärmt Glenn. Die Zusammenarbeit mit Tom ist ein besonderer Teil seines Lebens geworden. Fans von Glenn Powell müssen dennoch nicht auf neue Projekte verzichten. Im kommenden Jahr erscheint die Sportserie Chad Powers mit ihm in der Hauptrolle. Er spielt den Quarterback Russ Holiday und sorgt bereits jetzt für Aufsehen. Bei den Dreharbeiten ist Glenn kaum wiederzuerkennen. Mit schulterlanger Perücke, dünnem Schnurrbart und Nasenprothese ist er in seine Rolle geschlüpft. Die Verwandlung zeigt einmal mehr seine Vielseitigkeit als Schauspieler. Ob auf der Leinwand oder im echten Leben, Glenn Powell bleibt ein spannender Star. Wir dürfen also gespannt sein, was er uns in Zukunft noch präsentieren wird.